Wie sieht es aus? Wir sind eigentlich immer die Alarmsnähe dabei, und die habe ich jetzt noch genommen. Und wir können die Gegner total gut ablenken. Habe ich auch. Das ist super. Das ist unser zweiter Mann. Du darfst mir nur folgen und die Alarmsnähe richtig ersetzen wahrscheinlich. Teste gegen Kogel oder sowas? Das wird's gemacht. Das ist besser. Meins falsch. Du machst man heute wieder. Du korriderst das, oder? Ja. Wenn ich kürzer wegkehre. Ja. Das ist schön. Das ist... Gasversetzt. Möchtest du jetzt nicht laufen? Ja, links oder rechts? Da schreibe ich auch rein. Ah, ein bisschen von der Gäste. Was stellt ihr denn? Bei mir, ja. Bist du unsichtbar? Ja. Jetzt kurz zu kriegen. Ja, und meine Alarmsnähe heute. Ich meine, ich kann auch mal gehen. Ja, ne, in meine Richtung. Das ist keiner mehr. Das ist unten liegt. Kommen wir nicht, ey. Ja, das ist keiner mehr. Jetzt kommt er noch? Ja, heute wissen wir. Ja, weiter. Okay. Oh, warte mal nicht hier. Nee. Boah da heartbreaking ist noch. Und dann hab ich das wieder geschafft. Ah, das war ein Ding noch. Die hat in der Tür quasi noch eine Giftmine gehabt. Wie gemeine Kerl, ja. Das ist aber schon extrem gemein. Jetzt möchtest du das noch schaffen? Ich mein, die älterste Chefgranate, die das nicht durchhalten lässt. Ich hab's nicht gewonnen, ne? Das ist ja auch für die Fieße. Das ist doch ein Ding. Das ist doch ein Ding. Nein!! Es geht so, was? Sieht wie die Württierei Ah, größeres ist das Vieh wieder Das macht das Ding dann nicht Aaaaaah, und ohne das Tier eingezügt Ich hab keine Ahnung, ich kann mal nicht spielen, oder? Ich muss mir jetzt mal spüren. Der Gargel oder ich? Nein, nein, nein. Hey, hey, ist die weg. Entschuldigung. Was passiert jetzt? Was ist das? Möde, wöde. Ich wollte mich auch was. Schau gut, was ich gemacht habe, oder? Schau gut, dass ich schon. Hä? Schau gut. Schau gut. Schau gut. Schau gut. Schau gut. Das ist tatsächlich die Zeit für das Spiel. Warte, ich bin beim Hecken. Ja, da stehen wir im Einholz. Ja, da stehen wir im Einholz an, da sind wir irgendwo im ganzen Jahr. Ich weiß nicht, ich bin gerade jetzt fast in die Maschinenrand drin. Ja, komm, komm zu dir. Juhu, wir schaffen das Spiel wieder. Super. Du weißt ganz genau, was wäre, gell? Okay, ich brauche Hilfe. Nöööö. Das ist immer das Problem. Du bist da nicht irgendwer gefangen und der Anbieter weiß quasi, dass es bloß zwei Enden gibt. Das heißt, entweder... Bitte! Ich bin nicht dran. Das haben wir sicher nicht meinen Hohler. Ich weiß nicht, woher ich es. 12 Minuten. 6? Da sind sie alle bei den Internet. Aber jetzt bin ich wieder frei. Akron nimmt die mit. Ja, der steigt ganz langsam hier im Stübsten trotzdem. Ja, so ist mir einfach gefallen. Egal, ich schätze die Klappen drum. Ich bin nicht durch. Sag, wo das macht denn da Schwüle? Ich bin seitdem nach seitdem. Sag, wo das macht denn da Schwüle? Ich bin nicht durch. 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 Ich habe ja gar nichts für ein Wärtslaugzeug. Ich habe ja gar nichts für eine Wärtslaugzeug. Ich habe ja gar nichts für eine Wärtslaugzeug. Ich bin nicht durch. Ich habe ja gar nichts für. Nein, entschuldige. Der Splittled Apigel, gib doch mal das, der Splittled Apigel, der Splittled Apigel. Der Splittled Apigel. Der Splittled Apigel, gib doch mal. Oh, ich war nicht voll. Ich komm jetzt wieder aus hier. Oh, ich hast das Schuss in die Wunnen. Ich komm schon wieder aus hier. Ich komm schon wieder aus hier. Und dann, wenn sie mich leicht spielt. Die will so alle Ausgänge. Das ist so gemein. Da kann man nicht mal irgendwo mehr gehen. Das ist alles Problem. Du kannst dich nicht drauf konzentrieren, dass du keiner kommt. Spannungsblatt. Das ist alles, das ist alles, was ich nehme an. Komm geht mir alle rein gestoppt. Was haben wir alle rein gestoppt? Nein, das haben wir die Brücke mit Gaat reingeschossen. Das ist ein Schmauluch. Na, wie geht's? Nein, nein, nein. Er hat wieder dabei, ja. Ah, genau. Ich weiß, ich freue mich. Also, jetzt machen wir mal eine Testmatch gehen, oder? Alles klar. Nimm mich? Ja. Auslösung, man hat immer noch keine Art, auf jeden Fall. Spitech, du brauchst keine Sau. Nein. Oh, okay. Ja. Das war ein bisschen, oder? In der Backen. Ja. 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 Ja.